Qualität und Frische seit vier Generationen. Dirkshof Altjürden. Nach den Richtlinien des integrierten Gemüseanbaus kultivieren wir Spargel, Kartoffel, Erdbeeren sowie rund 40 weitere Gemüsesorten. Auf dem 70 Hektar großen Hof betreiben wir auch Milchviehhaltung, Nachzucht und Bullenmast. Besuchen Sie uns in unserem freundlichen Hofladen oder auf den Wochenmärkten in Farel, Bockhorn und Rastede. Untertitelung des ZDF, 2020